Ich bin Anita Farke und spreche die Exoda Blog News. Mittwoch. Sonne, Wolken, Schauer, Gewitter, windig, 17,29 Grad. Wetteraussichten für Deutschland. Ein Blick auf Wolken, Temperaturen und Wind. In Deutschland können sich Wetterliebhaber auf unterschiedliche Klimaerscheinungen freuen. Wolken, Temperaturschwankungen und Wind sind ständige Begleiter. Aber was kann man in den kommenden Tagen erwarten? Hier ein Blick in die Prognosen. Wolken. Die Erkenntnisse des Deutschen Wetterdienstes, DWD, zufolge, ist in den kommenden Tagen mit wechselnder Bewölkung zu rechnen. Tagsüber kann es zwar sonnig sein, doch in der Nacht formen sich immer wieder neue Wolken, die den Himmel bedecken können. Eins, Temperaturen. Die Temperaturen in Deutschland schwanken in den nächsten Tagen laut Informationen des Deutschen Wetterdienstes stark. Während in den frühen Morgenstunden die Quecksilbersäule bei milden Temperaturen von rund 15 Grad Celsius verharrt, kann sie am Tag bis auf 25 Grad Celsius oder sogar höher klettern. Besonders in den südlichen Landesteilen wird es warm, während es im Norden etwas kühler bleibt. Im Hinblick auf den Wind sind laut Prognosen des DWD eher mäßige Winde zu erwarten. An den Küstenregionen kann es jedoch zu stärkeren Böen kommen. Die Windrichtung wechselt zwischen Südwest und Nordost, was ein typisches Kennzeichen für wechselhaftes Wetter ist. Für die nächsten Tage zeichnet sich laut DWD ein gemischtes Bild ab. Während es im Süden sonnig und warm wird, sind im Norden Wolken und mäßiger Wind zu erwarten eins. Die Nächte bleiben überwiegend mild. Doch trotz der wechselhaften Prognose lässt sich eine Tendenz zu stabilem und schönem Wetter erkennen, das sich perfekt zum Wandern, Radfahren oder anderen Outdoor-Aktivitäten eignet. Autorin Anita Farke, Mittwoch, 1. Mai 24, 1. Deutscher Wetterdienst Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen. Danke fürs Zuhören. Alles ruhig, oder? Danke fürs Zuhören. Ja. Ja. Müs什么?